Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Modern Combat 5. Venice commence at 1300 hours. The mission report from Venice is fake. That's what I'm telling you. The whole goddamn thing was a lie. Stop. Ziele, mach den Terroranschlag zunächst, eliminiere. Oh, schade. Lade anfangen wir schon mal interessant. Gameloft press. The Gameloft puts his troops out. Modern combat. Over. Solid copy. Strike two out. Through here. Watch the edge. Careful. Und da sind wir. Und da sind wir. Okay, dann scheint los. Ja. Weil die Kravik ist schon mal interessant. Also ich möchte die wohl niederschießen. Sie sind halt ganz schön verpickselt. Auf mich! Oh, kravik müssen sie echt noch arbeiten. Faktor. Halt die Fertion. Halt die Feuer! Halt die Feuer! Halt die Feuer! Halt die Feuer! Oh, nein! Halt die Feuer! Strike two to Monarch. Target eliminated. Confirm Extraction location. Over. Hold up. Come on. Boing. Jetzt muss ich den Typ wieder mit dem Token an der Weg. Let's go. Thanks. Könnt ihr nochmal modern komplett nach hier nachdenken? Machen, aber jetzt erst mal mal ein Kompon. Ich hab mal ein Kompon 4. Ich hab mal ein Kompon 4. Das ist ein Kompon. Kompon! Kompon! 20 Uhr! Strike two, this is Monarch. Advanced to Extraction Point B. Over. You heard him. Come on! Come on! Regroup! Regroup! Kill him! Take him out! Let's go! Get out of here! Get in the goddamn boat! Let's get out of here! I'm trying to... I'm just going to stay over here! Woah! More incoming! Keep him off us! It's an explanation. Hang on! Oh shit. I think I need to have another test in there. I think we're in the clear! Oh shit! Hit it! Woah! Okay. I'm tough. Strike 2, backup is on the way! Onside! Over! Onside! I need immediate backup! They're all over us! Bakunamata! We need backup now! We need backup now! We need backup now! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Woah! Jawoll! Und gleich 3 Sterne! Weiter! We need backup now! We need backup now! We need backup now! Google Play Games! So... We need backup now! We need backup now! Um... Okay... So. We need backup now! Ja schon. Hm. Okay. Okay, leute, jetzt geht es fast nicht. Ich muss jetzt nicht verstehen, aber vielleicht die Lüge in Tokio. Nach dem Erinnern von Nereke und Caden füllen ins Hauptquartier von Gilman in Tokio zurück. Gleich nach seiner Ankunft erbart er ein geheimes Treffen außerhalb des Firmengeläts mit seinem Befälterbarn Sophie Rooks dafür. Und weiter geht's. Hallo, der Kopfverachter hier ist. Gilman ist... They're trying to erase their involvement. What involvement? What are you talking about? They planned it all. I've got around. I've connected the dots. I can see it now. They... Gilman was behind the whole thing. Ah. So, the world's biggest private security contractor is... What? A Front for the World Liberation Army? That is what you're telling me. We have been working for terrorists. I need your help, Ru. You're the only one I can trust. They know I've been asking questions. Mhm. And the mission reports. Why did you sign it? They made me when I got back to Tokyo. My... Lily. My daughter. They threatened to hurt her. Have you spoken to anyone else about this bullshit? Because I think you need to... Wait. Wait. Fuck. Get down! What is happening now? What is happening now? What is happening now? Okay. Modern combat film. Blackout. The data feed is online. We can now access multiple consecutive areas. Be sure to speak well. We can update them. We can now access multiple connectivity areas. We can update them. Untertitelung des ZDF, 2020 Willkommen zurück zu Modern Combat 5 Blackout. The data feed is online. You can now access multiple conflict areas. Tja. Okay, anscheinend soll ein neues Grafik rausgekommen sein. Okay. Oh, ein ziemlich großes Update, würde ich mal sagen. Okay, gehen wir wieder rein. Ja, willkommen zurück zu Modern Combat 5. Es gab ein Grafik-Update, das heißt wegen der eben beschwerten Grafik auch von mir, sollten wir jetzt wohl eine deutlich bessere Grafik erwarten können. Und mal sehen, was uns erwartet. Ich will ja wohl nicht neu starten, hab ich kurz zu sagen. Die sind jetzt verfügbar. Du kannst alleine mit dem Spielerfreund. Okay. Okay. Schauen wir mal auf die erste Mission, wie sie uns leitet. Am ersten Tag die internationalen Konferenz zum Thema Internetsicherheit war Tokio massiven Angriffen ausgesetzt und Chaos brach in der Stadt aus. Die Anzahl der Opfer ist noch immer nicht bekannt. Erstberichte sprechen von großflächigen Zerstörungen. Ziele, schlage die Kantengreifer zurück, erziele zwei Kills im Nahkampf, erziele einen Multikill. Ziele, schlage die Kantengreifer zurück, erziele einen Multikill. Oh, okay. Ich verstehe. Der Arme. So ist ein Gegner, das sagen wir ja früh. Die Kavis ist ja wirklich hier der Hammer jetzt. Ernst, kürzlich. Ernst, kürzlich. Schreibt in die Kommentare, ob ich auch mal Online-Spiele machen soll. Also, Online-Zocken, wenn ja, wann. Erst die Story durchspielen oder auch zwischendurch. Könnt ihr alles in die Kombi schreiben. Schüsse. Dann haben wir noch Pistel. Die Story durchspielen oder auch neu. Oder?